Wer würde vermuten, dass hinter den Mauern der Max-Beckmann-Oberschule in Berlin Erfinder und Tüftler in Sachen Klimaschutz am Werk sind? Mit diesem Schülerversuchsmodul können wir die Leistung von Solarzellen messen. Hier messen wir die Parameter, die uns die Industrie für die Lithium-Ionen-Akkumulatoren vorgeben. Hier testen wir neuartige Elektromotoren und machen Verbesserungsvorschläge. Unsere selbstentwickelten Strom haben einen großen Wirkungsgrad. Mit diesem Steuerungsmodul können wir 5% der Leistung einsparen. Wir sind die Probe Solarzellen! Diese Jungs stehen hinter Europas erfolgreichster Solarbootwerft. Seit 1987 beschäftigen sich hier Schüler unterschiedlicher Jahrgangsstufen mit dem Bau und Einsatz von Solarbooten und leisten so einen greifbaren Beitrag zum Klimaschutz. Die Boote sind waschechte Eigenbauten. Vom Bootskörper über die Ausrüstung mit Solarzellen bis zum Einbau des Elektroantriebs. Lediglich die Konstruktionszeichnungen werden von Fachingenieuren erstellt. Über 20 Solarboote sind bisher in der Berliner Schule entstanden, die bei den jährlich stattfindenden Solarbootmeisterschaften regelmäßig die vorderen Plätze belegen. Die Mittel für die Teilnahme an den Wettbewerben stammen zum Teil aus dem Eisverkauf in der sogenannten Eisbox. Wir haben auf der Turnhalle einen Solargenerator und den überliefert der Strom für die Eisbox. Wir freuen uns, dass wir mit dem Preisgeld unsere Thermosolaranlage erweitern können und weitere Ausrüstungsgegenstände für die Solarboote erwerben können. Um auch andere für den Einsatz von Solartechnik zu begeistern, nimmt das Team mit seinen Solarbooten und Versuchsmodulen an Ausstellungen in ganz Deutschland teil. Die dort geknüpften Kontakte führten schon zu Kooperationen mit anderen Institutionen. Hier noch ein erfreulicher Nebeneffekt der Mitarbeit in der Solar AG. Also durch meine Teilnahme hier an der Solar AG habe ich einen Ausbildungsplatz bekommen an der Bundesanstalt für Materialprüfung und Forschung. Und mein zukünftiger Arbeitgeber hat angeregt, dass ich weiterhin über Schulende hinaus hier weiter teilnehme. Die Solar AG der Max-Beckmann-Oberschule in Berlin. Eine Initiative, die den Deutschen Klimapreis der Allianz Umweltstiftung verdient hat.